Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Ich habe heute wieder einen Experten bei mir, wie das für die Spitzengespräche gehört. Allerdings, Experten sind ja sowieso etwas rarer, aber in diesem Fall habe ich etwas ganz Rares heute mitgebracht. Randreich-Ulrich Löwe ist Kraniosakraltherapeut und ich habe bei allen Experten schon, wenn ich mich hierhin unterhalte, einiges gelernt, aber hier muss ich sagen, das war doch ziemlich starker Tobak und zwar sagt er, unsere Schädelknochen bewegen sich ständig in einem feinen Rhythmus und dieser Rhythmus ist von großer Bedeutung für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Unsere Schädelknochen bewegen sich. Kraniosakraltherapeut Doch, da gibt es auch Studien dazu, die das belegen und es ist aber noch mehr, mein Lieber, nämlich, dass diese Bewegungen, die sich eben so rhythmischen Bewegungen, der kraniosakrale Rhythmus, der sich an den Schädelknochen in den Nähten zeigt, aber auch im ganzen Körperausdruck drückt, erst zugleich auch noch übergeordnet gegenüber den anderen Rhythmen im Körper, die Herzschlag und Atem. Was sich zum Beispiel auch darin zeigt, dass im Prozess des Sterbens, dass der letzte Rhythmus ist, der geht. Also wenn das Herz schon stehen steht und nicht mehr läuft, dauert es noch mit Weichen von einer halben Stunde bis zu mehreren Stunden, bis dieser Rhythmus auch verschwindet und nicht mehr steht. Also müssen wir uns von der Vorstellung, dass der Schädelknochen dann irgendwann beim Kind zusammenwächst und fixiert ist, davon müssen wir uns lösen. Das müssen wir aber abschieben. Ja, ja, also wächst, natürlich wachsen die schon zusammen, aber in den Nähten bleibt eine bestimmte Beweglichkeit bestehen. Also ich kann noch, soll ich gleich schon näher darüber einsteigen? Ja, ich denke, fang ruhig mal damit so ein bisschen, oder nein, ich glaube, bevor wir in die Details gehen, erzähl mal überhaupt, was Kraniosakral-Therapie bedeutet, wie man das einzusortieren hat, sonst wissen die, du hör ja überhaupt nicht hin, was für eine Ecke du gehörst. Gut, also erst mal das Wort Kraniosakral, das kommt von Lateinisch Kranium, Schäden, und Sakral kommt eigentlich nicht von Heilig, sondern vom Kreuzbein, wir haben ja ein Kreuzbein vor mir liegen, und es geht eben bis runter, bis zum, das Bezieht, den wir beschäftigen uns in dieser Arbeit, primär mit dem Kraniosakral, oder primär respiratorischem System, das sich eben vom Schäden bis zum Kreuzbein erstreckt. Ja, und zugleich ist dieser Begriff, dass es sich nach Sakral umhört, auch gar nicht so falsch, das hat zwar nichts mit der Namensgebung zu tun, aber diese Arbeit spannt tatsächlich im Boden, von dem ganz anatomisch-strukturellen bis hin zu heiligen oder weit ausgedehnten oder ehrpulsgebietenden Raum, was dieses Wort Sakral nahe lebt, aber eigentlich kommt es nur vom Kreuzbein. Also du hast einmal den anatomisch-mechanischen, physiologischen Teil, aber du würdest sagen, ist auch eine spirituelle Komponente mit dabei. Ja, finde ich schon, ich werde nachher noch mehr darüber ausführen. Und seit wann gibt es das überhaupt? Seit wann gibt es diese spezielle? Ja, das gibt es schon, also die Kraniosakralarbeit ist entstanden, hat mehrere Wurzeln, aber die wichtigste ist in der Osteopathie und zwar war, es gab es mal einen jungen Mann namens William Sutherland, der direkt der Schüler von Dr. Still war, dem Begründer der Osteopathie. Und ja, der war sehr begeistert und hat eifrig gelernt und dann hat er im Korridor seines Krollisch war ein Modell von einem Schädel ausgestellt, oder kein Modell, war ich eigentlich, ist kein echter, wo die einzelnen Schädelknochen voneinander entfernt montiert waren. So ähnlich wie dieses Modell. Ah ja. Ja. Und da hat er sich betrachtet, die sehr untergeschiedlich geformten Nähte und im Hinterkopf hatte er diesen osteopathischen Leitsatz, verinnern mich, dass eben Strukturen, Funktionen enger wechselseitiger Beziehungen zueinander stehen. Und besonders fasziniert hat ihn diese Naht hier zwischen dem Keilbein, ich glaube, ich will euch erstmal das Keilbein vor, dieser Knochen hier, wir wissen nicht, dass wir einen so interessant geformten Knochen in unserem Kopf drin haben. Also der wäre jetzt bei diesem Modell hier der rote Knochen, also der sitzt an einer ganz zentralen Stelle. Und warum heißt das jetzt Keilbein? Sieht doch nicht aus wie ein Keil, normalerweise haben wir ja eine ganz deskriptive Nomenklatur der Anatomie. Ja, ist doch eher wie etwas Geflügeltes, wie eine Ledermaus oder ein Schnatterling, vielleicht immer noch eine Wespe gelten lassen. Und zwar war das hier im Schreibfehler Mittelalter, es hieß ursprünglich wohl Ossekoidale, was Wespenbein heißt. Und die Mönche im Mittelalter haben das ja per Hand abgeschrieben alles und da hat ein Mönch, vielleicht war es schon spät, vielleicht hat er was getrunken, vielleicht hat der Vorschreiber nicht deutlich geschrieben, aus dem CNN gemacht und seitdem heißt es Ossekoidale, was Keilbein heißt. Eigentlich ist es das Wespenbein. Und diese großen Flügel hier, die liegen genau hier, wo man jemandem den Vogel zeigt, dann zeigt man eigentlich auch diesen Vogel. Und was man dabei eigentlich ja sagen möchte ist, du bist wohl ein bisschen verrückt. Und was man eigentlich ausdrücken möchte ist, dein Kaiba ist wohl vielleicht ein bisschen verrückt. Wenn wir uns nämlich dagegen werten, dass durch all diese vielen kleinen Öffnungen nicht nur die ganzen motorischen und sensorischen Sehnerven verlaufen, sondern dass noch hier, kann man das sehen, den Türkensattel, die über die Füße drin liegt, wie das ganze hormonelle Gleichgewicht im Körper steuert, kann man sich leicht vorstellen, dass eine Fehlstellung von diesen Knochen in der Bewegungseinschränkung auch die Art unserer Atemweise, wie wir sehen und Wahrnehmung beeinträchtigen kann, auf unser inneres Gleichgewicht. Und was wir da eigentlich sagen, ist, wir am besten schnell zum nächsten Kraniosakraltherapeutin und dass dein Kaiba wieder in die richtige Position samt präventionat lassen, wie das funktioniert, erzähle ich später mehr darüber. Das ist nicht nur ein mechanisches Rechdrücken, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Aber ich bin ein bisschen abgeschweigt, ich komme zurück. Der Dr. Sutherland, der hat es interessiert, dass ich vor allem die Naht zwischen diese beiden Knochen, dem Schläfenbein, das ist ungefähr da, wo die Ohren sind, von dem Keilbein, die in wechselseitige Richtungen abgeschrägt ist. Und dadurch fuhr ihn ein Gedanke wie ein Blitz, der später sagte, es muss ein göttlich inspirierter Gedanke gewesen sein. Und zwar der Gedanke war sehr sonderbar, nämlich abgeschrägt oder gekantet wie die Kienung von einem Tisch, was ein Hinweis ist für gelenkartige Beweglichkeit, für einen primär respiratorischen Mechanismus, also für einen Mechanismus oder ein System, das übergeordnet ist gegenüber den anderen respiratorischen Systemen. Ja, und das ist natürlich eine gewahrte Krise gewesen. Und er selbst hatte das so gelernt, wie das auch heute noch die meisten in den Unis lernen, dass der, zumindest hierzulande, dass der Schädel verknöchert wie eine Kokosnuss in eine starre Einheit findet und dass da keine Bewegung möglich ist. Interessanterweise gibt es da auch Ausnahmen, zum Beispiel im Mittelmeerraum, ausgehend von der Arbeit von einem italienischen Anatomen namens Giuseppe Sperino, wird schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gelehrt, dass auch beim Erwachsenen da eine gewisse Beweglichkeit bestehen bleibt, auch wenn da jetzt nicht über granulatale Rhythmen gesprochen wird. Und die Medizin im Mittelmeerraum, vor allem im mittleren und östlichen Mittelmeerraum, orientiert sich irgendwie ganz nach diesem italienischen Anatom und der Rest der Welt dann im amerikanischen Raum, wie in vielen anderen Dingen auch. Also inzwischen, ja, jedenfalls Sutherland versuchte, sich diesen sonderbaren Gedanken zu vertreiben. Er hat sich den Schädel besorgt und mit der feinen Klinge den Taschenmesser die einzelnen Schädelknochen sorgsam voneinander entfernt, um eben Hinweise zu finden, dass hier eben keine Bewegung möglich ist. Aber das Problem war, je länger und je genauer er hinschaute, desto eindeutigere Hinweise fand er darauf, dass hier tatsächlich Bewegung möglich sein musste und dass all die theoretisch denkbaren Bewegungen sogar perfekt zusammenfassen, wie die Rädchen von einem komplizierten Schweizer Urlaub. Also das ist eine der großen Leistungen von ihm, dass er sich das zuerst theoretisch erschlossen hat. Ja, und dann war eine lange Pause, aber dieses Feld hat ihm keine Ruhe gelassen. Dann hat er angefangen, seltsame Experimente zu machen, nämlich er hat sich in den amerikanischen Baseball-Hand genommen und in verschiedenen Stellen eine Art Schrauben, Mechanismen eingebaut, durch die er einzelne Schädenknochen komprimiert hat und in ihrer Beweglichkeit geändert hat. Und er hat festgestellt, wohlgemerkt, alles an sich selbst. Ja, denn er war sehr stark geprägt von dem Leitspruch oder von dem Bedürfnis, Wissen zu erlangen aus direkter Erfahrung und nicht nur aus angelesener Information. Und er hat festgestellt, dass es je nach Ort und Intensität des Druckes zu reproduzierbaren körperlichen Symptomen, zu veränderten Bewusstseinszuständen und neurologischen Symptomen gekommen ist, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Halluzinationen, Seh- und Gleichgewichtsstörungen, andere Dinge mehr. Okay. Ja, und er hat zum Glück auch Wege gefunden, wie er sich selbst zugefügt hat, mit sanften Einflussnahme, die dann auflösen konnte. Ja, auch mit sanfter Berührung, wobei er eben Grundprinzipien der Osteopathie auf die Mechanismen angewandt hat, die er bei sich selbst entdeckt hat. Und damit hat er dann auch angefangen, mit Patienten zu arbeiten, recht erfolgreich, und hat daraus dann das entwickelt, was er zunächst traniale Osteopathie nannte. Später wurde das umbenannt in tranisatrale Osteopathie. Ja, der war also der wichtige Pionier auf diesem Feld. Wobei es gab auch schon lange vor, Sutherland schon im 18. Jahrhundert vorarbeitet, wo eben Emanuel Swedenborg, der als Universalgelehrter in vielen Bereichen tätig war, eben auch schon gefunden hat, dass eben sowohl das Gehirn als auch die Schellknochen, also die Schell- und Rückenmaßlosigkeit sich rhythmisch bewegen konnte. Also darauf haben Sutherland und andere zurückgegriffen. Und gibt es einen speziellen Indikationenbereich, in dem du dann tätig wirst, oder kannst du im Grunde genommen über das übergeordnete System auf alles Einfluss nehmen? Ja, schon. Ja, ich kann schon auf mehr oder weniger alles Einfluss nehmen, aber es gibt bestimmte Bereiche, die sich dafür besonders eignen. Ich sollte eigentlich noch mal ganz kurz zum Historischen zurückgehen, um das ein bisschen zu vervollständigen, auch wenn ich es nur im Schnelldurchlauf mache. Und es war nämlich ein anderer osteopathischer Arzt namens John Abletcher, der in den 70er-Jahren auf merkwürdige Umstände auf dieses System gestoßen ist. Und der war dann auch erstaunt, als er diesen Rhythmus gefunden hat, als er bei einer Information assistieren sollte. Und das hat ihm keine Ruhe gelassen. Und er stieß daneben auf die alten Vorstellungen von Sutherland. Also bis dahin blieb das eigentlich eine Außenseiterrichtung innerhalb der Osteopathie. Und er war unzufrieden mit den Erklärungsversuchen, wie dieser Rhythmus zustande kommt von Sutherland. Und er eben sagte, es sei die wirkliche Kraft selbst oder der Atem des Lebens, der bewirkt, dass diese Bewegungen zustande kommen. Und Abletcher suchte nach einer naturwissenschaftlichen Erklärung, hat er auch ein Modell aufgestellt, das heute als widerlegt gelten muss. Aber er hat die Gelegenheit dadurch gefunden, zusammen mit einem multidisziplinären Forscherteam Grundlagenforschung zu betreiben. Und die waren auch die ersten, deswegen ist es nicht nur Spekulationen, wie mit Laser- und Spannungs-Bethysmographie diese Bewegungen in den Nähten nachweisen kann. Also inzwischen ist das auch durch diese rhythmischen Bewegungen durch eine Vielzahl von anderen, mit MRT und Encephalographie und was weiß ich, mit vielen Verfahren wurden diese rhythmischen Bewegungen nachgewiesen, die sind bis jetzt nicht groß, es geht hier um den Bereich von höchstens zehnten Millimetern. Aber sie existieren, diese Bewegungen. Und was es bis heute noch nicht gibt, es gibt bis heute keine naturwissenschaftlich plausible Erklärung, wie dieser Rhythmus, diese Bewegungen zustande kommen. Und das ist der Punkt, ja, es gibt zwar viele Modelle, aber die sind alle eigentlich unklausibel oder widerlegt. Ja gut, aber die Tatsache, dass wir zu dumm sind, etwas zu verstehen, ist ja nicht automatisch gleichzusetzen, dass es nicht existiert. Ja, dass es existiert, ist bewiesen. Aber wie gesagt, keine Erklärung. Und nach so langer Erfahrung damit, ich arbeite jetzt schon 30 Jahre damit, muss ich sagen, wir haben hier eindeutig mit dem, mit was Übergeordnetem zu tun, und wo eine gewisse, mit einem Bindeglied zwischen dem Geistigen und dem Stofflichen, mit was, wo nach höhere Weisheit oder eine höhere Intelligenz inne wohnt, ob wir jetzt die gleichen Worte mehr verwenden, wie die Sutherland, der es den Atem des Lebens nennt, dass die Kraft, die bewirkt, diese Bewegungen, oder ob wir dafür andere Worte finden. Ich weiß nicht, ob es jemals eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür geben wird oder nicht. Aber es ist für mich, ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich immer interessant ist, für die Arbeit nicht so relevant wird. Weil ich weiß, wenn ich damit in Kontakt habe, gewinne ich so viele Rückmeldungen, wie es dem Körper geht an verschiedenen Stellen und wie sich auch wieder, auch dass sich eben Heilung oder Gesundheit wieder einstellt. Kann ich wieder den Bogen schließen zu deiner Frage von vorhin. Insofern, wir arbeiten gar nicht so, also natürlich gehen wir auf Einschränkungen und Symptome ein, aber wir arbeiten nicht direkt an Krankheitsbildern in dem Sinne, sondern wir arbeiten immer am ganzen Menschen. Und wir können nur auf das eingehen, was uns der Körper zeigt. Und da kann manchmal sein, dass wir zu einem bestimmten Krankheitsbild ganz leicht oder manchmal sogar auch schnell Zugang finden. Und zu dem gleichen Krankheitsbild bei jemand anderem ist es sehr viel schwieriger und sehr viel vertragter. Und wir finden, wir können da nicht, insofern ist es ein bisschen schwieriger zu sagen. Es kommt auch an, wie die Dinge gelagert sind. Aber trotzdem kann man sagen, dass bei bestimmten Indikationen die Arbeit besonders, meistens besonders gut greift, wie zum Beispiel Kopfschmerzen verschiedener Genese, Rückenschmerzen verschiedener Genese. Ja, dann natürlich speziell auch alles, was mit dem Kopf zu tun hat, von Tintus, Kiefergelenkssyndromen, Gleichgewichtsstörungen, aber auch, was weiß ich, nervöse Anspannungszustände, Schlafstörungen. Ich könnte jetzt endlos weitergehen. Aber auch Verletzungen im Muskel-Skelettsystem, wie, was weiß ich, Verstaufungen, Quetschungen, äußere Verletzungen, wo wir auch sehr heilsam drauf einwirken können. Auch auf organische Dinge. Es gibt nur halt ein paar Dinge, da würde ich jetzt nicht sagen, dass unsere Arbeit das Mittel erst der Wahl wäre oder das Ausschließend von alleine heilsamer, wo man eben andere Methoden auch genauso wichtig sind oder noch wichtiger sind. Aber ich glaube schon sagen zu können, dass wir in fast allen Zuständen unterstützend werden, wie es angeht wird. Okay. Du hast ja ein ziemliches Spektrum damit aufgezeigt. Dem würde doch eigentlich dann entsprechen, dass an jeder Ecke ein Kraniosakral, der rapfertätig ist. Dem ist aber nicht so, ne? Noch nicht ganz. Aber so schlecht ist es noch nicht. Also ich denke auch, dass es noch viel mehr gebraucht. Aber es gibt schon in Deutschland weit, na ja, es ist schwierig genau zu sagen, aber ich glaube schon, dass es ein paar Tausend sind, die hauptberuflich mit dieser, schwerpunktmäßig mit dieser Methode arbeiten. Und wenn man jemanden sucht, gibt es eine Möglichkeit über das Internet? Gibt es da... Ja, also eine von der von mir geleiteten Schule gibt es eine Liste, da sind jetzt nur ein bisschen mehr wie 120 drauf. Aber vom Verband, da gibt es einen Kraniosverband, es gibt sogar zwei Kraniosverbände, wobei ein Verband von einem bestimmten Institut ist und ein anderer Verband, der Kraniosakralverband Deutschland, schulübergreifend ist. Und 17 Schulen momentan beinhaltet, die alle bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, hinsichtlich Umfang der Ausbildung und Qualifikation der Lehrer und Stimmen vom Abschluss. Und da sind einige hundert Praktizierende, die es gibt. Okay. Also natürlich sind es nicht alle, es gibt viele, und in einem anderen Verband sind es auch noch nur ein paar Hunde, aber es gibt auch viele Praktizierende, die nicht und keinen Verband angeboten werden. Aber insofern, sie werden schon ein paar Tausend sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber... Und wie lange dauert die Ausbildung? Bitte? Wie dauert die Ausbildung? Ja, wie gesagt, es gibt... Der Verband schreibt bestimmte Mindeststundenstaten vor, wie das die einzelnen Schulen gestalten. Das ist unterschiedlich, aber meistens dauert so eine Art Grundausbildung schon zwei bis drei Jahre oder streckt sich über zwei bis drei Jahre und dann gibt es noch Zusatzkurse. Und wenn man dann mit den Zusatzkursen auch eine bestimmte Zahl vervollständigt, wo auch dann auch andere Bereiche drin sind, inzwischen arbeiten wir mit den inneren Organen und so, also so Zusatz sind die eigentlich auch nicht, weil es ist ein wichtiger Teil der Arbeit, dann kann man da vom Verband aus eine Art Masteranerkennung erreichen, die dann von vielen Krankenkassen die Osteopathie als freiwillige Bonusleistung unterstützen, anerkannt wird und auch erschaffen werden. Und die Inhalte, die Ausbildung praktisch alles, das heißt also, ihr habt keine Voraussetzungen oder was musst du für Voraussetzungen mitmachen? Ja, also die meisten, die eine Ausbildung anfangen, haben dringend schon einen medizinischen Beruf. Also die wichtigste Berufsgruppe sind sicherlich die Heilpraktiker, aber kurz danach schon die Physiotherapeuten, aber es gibt auch viele andere medizinische Berufe, nichts vergessen die Ärzte, es gibt auch immer wieder Ärzte, die sich in der Handlung praktizieren, aber es sind zahlenmäßig noch sehr in der Minderheit, aber natürlich auch Ergotherapeuten, Hebammen, Logopäden, Masseure, es gibt noch mehr, aber die beiden haben Platz. Gut, das sind wahrscheinlich dann jeweils Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Kranisakratherapie gestalten. Ja, auch mal Schwerpunkte. Das klingt toll, das will ich auch machen. Aber rein theoretisch, wenn jemand einen normalen Schulabschluss hat und sagt, oh, ich möchte sowas machen, dass der Inhalt, der Lehrinhalt ist komplett und der wird komplett aufgebaut. Ja, also wie gesagt, ein Grundverständnis in Anatomie wird vorausgesetzt. Das ist so die Grund. Also ohne das wird es ein bisschen schwierig. Da müssen auch Leute, bei denen es schon lange her ist oder so, sich nochmal ein bisschen eingehen. Also die spezielle Anatomie, auf die die Idee der Arbeiten wird gelehrt, also ein Grundverständnis im Körper. Also es muss jetzt nicht gleich ein Universitäterprofessor oder auch nicht mit dem Niveau von einem Arzt unbedingt sein, aber sowas wie bei den anderen Gesundheitswachberufen. So ein Grundverständnis muss man mitbringen. Na gut, dann plauder jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was, oder wie geht, wie gehst du vor oder wie läuft so eine Untersuchung oder Behandlung ab? Ja, interessant, dass du gleich das Wort Untersuchung und Behandlung, weil weitgehend geht es ineinander über. Es ist gar nicht so sehr voneinander gekommen. Und ja, und was das Erstaunliche ist oder das Bemerkenswerte ist, auch im Unterschied zu fast allen anderen Formen von Körpertherapie ist, dass es eigentlich, dass wir bei dieser Arbeit, dass es eben keine Arbeit ist im herkömmlichen Sinne, sondern das Wichtigste ist, dass wir nichts tun. Das hört sich jetzt irgendwie verrückt an, aber ich möchte es erklären. Also ein ganz wesentliches Element ist einfach nur das aufmerksame, unvoreingenommene Zuhören, mit den Händen Zuhören natürlich, ja, Zuhören dem Körper zu lauschen und Eintritte zu uns kommen zu lassen und zu schauen, auch das eingestimmte Zuhören und zu schauen, wie der Körper organisiert ist, also nicht nur sowohl auf einer strukturellen Ebene als auch auf der Ebene der Kräfte und Energien, die der Organisation des Gewebes zugrunde liegen und vor allem auch zu schauen, wie der Körper sich am liebsten selbst korrigieren, regulieren möchte, wie der ins Lot verhindert wird. Und das unterstützen wir auf spezifische Art und Weise. Aber auch dabei sind wir überwiegend in einer mitgehenden Haltung, in einer rezeptiven Haltung und greifen von außen gar nicht so sehr ein. Also man kann das ein bisschen vergleichen, wie die, also wir sind dabei nicht die großen Macher, die irgendwas, großartige Dinge verbringen, sondern die sind mehr so was wie die Diener oder die Assistenten der inneren Weisheit oder der inneren Selbstteilungskrechte im jeweiligen Patienten oder Klienten. Also am nächsten könnten wir uns vielleicht vergleichen, wie mit der Rolle von einem Katalysator in der Chemie, der bestimmte Prozesse ermöglicht, die ohne ihn nicht möglich wären, die nicht geschehen könnten, aber mit denen er letztlich nicht mehr geschehen hat. Ich habe mir ja im Laufe der Zeit auch irgendwo ein Bild gemacht, was von der Schulmedizin etwas abweicht, weil wir ja da mit vielen Dingen einfach nicht weiterkommen. 80 Prozent der Menschen sterben heute an chronischen Krankheiten, wo die Schulmedizin überhaupt nichts machen kann. Ja. Bin dann letztlich zu dem Schluss gekommen, dass dieses komplexe System, was der Mensch eben darstellt, ohne jetzt diese speziellen kraniosakralen Dinge noch zu berühren, sondern einfach auch von der Biochemie her, dass dies eben hervorragend gesteuert ist und dass die Steuerung eben nicht mehr funktioniert. Und wenn man dem Körper diese Möglichkeit gibt, ich habe das dann den inneren Arzt genannt, das habe ich nicht genau, sondern übernommen, wenn man dem inneren Arzt die Möglichkeiten gibt, wenn man ihm hilft, diese eigenen Regelungen wieder in Gang zu setzen, dann hilft er sich selber. Ja, so ist es. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Auch schön, dass du den Ausdruck verwendest, der auch Sachanet oder Abblätscher verwendet hat, ja, immer wieder. Also wir können uns innerer Arzt, innere Weisheit nennen, jedenfalls, dieser Platz, wo ein inneres Wissen da ist, wie der Körper weiß, was er eigentlich braucht und wie er sich eigentlich verkündet, in ihrem Entwurf ins Luft bringen wird. Und das Phänomen ist ja, dass es eigentlich funktioniert, wenn wir auf die Welt kommen, dass sich manches entwickeln muss, das ist ein großes Problem, habe ich gelernt. Denn wenn wir, oder wenn der einzelne Körper nicht die Möglichkeit hat, die Fähigkeiten, die ihm anvertraut sind, zu entwickeln, dann fehlen die ihm später. Das kann also ganz große Probleme erwähnen. Aber wenn das einmal ausgebildet ist, dann ist das System perfekt in sich abgeglichen. abgeglichen. Und das, was wir als zwangsweise Alterskrankheiten ansehen, das sind Störungen, die das System hat, die von außen aufgelagert werden, ob das jetzt durch irgendwelche Pestizide ist oder ob es die falsche Ernährung ist oder, oder, oder. Das heißt, wir stören das System und dann kann das System nicht mehr, dann kann der innere Arzt nicht mehr. Ansonsten würden wir locker und flockig alt werden und hätten diese ganzen Probleme nicht, weil sie automatisch immer geregelt werden. Okay. Das ist wichtig auch. Ja, also das wäre, oder dann muss man sagen, nee, noch eine andere Frage, nimmst du mal ein. Es gibt in der Schulmedizin oder bei den Medikamenten die lockere Aussage, keine Therapie ohne Nebenwirkung. Wie sieht denn das für euch aus? Nee, das ist für euch nicht so. Also, natürlich die Arbeit, was manchmal geschieht in Behandlungen, dass was angeregt wird oder wenn sich Spannungen lösen, dass Dinge, die unten drunter da gewesen sind, man kann sagen, dass die deutlicher sichtbar oder deutlicher spürbar wären. Das können sowohl Schmerzen sein als auch emotionale Themen und damit, das kommt manchmal vor im Sinne von einer Erstverschlimmung, aber das sind keine Nebenwirkungen. Das kann man nicht passieren. Okay. Absolut sagen, ich bin sicher, aber natürlich ist es wichtig, ja, da wollte ich sowieso, wenn es mir erlaubt, noch sprechen, auch über die ganzen Dinge und auch die Dinge, die im Inneren ausgelöst werden können, durch die Arbeit, auch die zu begleiten und mit denen umgehen zu können. weil, ja, darf ich ein bisschen? Ja, ja, gerne. Ich habe vorhin, mir fällt noch, sorry, dass ich springe, aber ich habe vorhin noch was Wichtiges vergessen. Also der Dr. Upletscher, der hat eben die Arbeit auf der Zweite entwickelt, hat nicht nur diese Forschungsarbeit gemacht und vor allem, er hat sie aus dem Kontext der Osteopathie rausgelöst und hat weitere Elemente dazu entwickelt und seit dem, seit den 70er, 80er Jahren, seit Upletscher damit angefangen hatte, hat sich Kraniosatralarbeit außerhalb der Osteopathie als eigenständige Therapiemethode weiterentwickelt. Also sie hat Wurzeln in der Osteopathie, sie hat gemeinsame Wurzeln mit der Osteopathie, aber auch andere Wurzeln, andere Quellen, die mit reinfließen, aber sie hat eine starke Verbindungen zur Osteopathie und viele Grundprinzipien sind auf eine Weise ähnlich, aber sie sind für eine eigenständige Arbeit geworden, die sich eigenständig weiterentwickelt. Okay, ja. Und was wir noch machen, außerdem ganz rein zuhören und mitgehens, manchmal geben wir auch eine Einlage, sind wir doch ein. Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, da wäre es jetzt schön, Zug auszuüben, dass das Gewebe sich ein bisschen ausdehnen kann, aus einer Kontraktion befreien kann. Okay. Aber da weisen wir bei dieser Arbeit immer extrem leicht, also leichter als der Widerstand vom Gewebe und auch unsere Berührung ist ganz leicht und es geht gerade so fest, dass eigentlich das Gewebe versteht, was ich meine. Es ist weniger ein mechanischer Zug als ein Vorschlag, eine Einlage, so dass sich die Kräfte, so dass sich die Kräfte, weißt du, wenn eine Krafteinwirkung kommt, die Spannungen, die Kontraktionsmuster, die wir im Körper haben, die haben ja alle eine Geschichte. Die sind ja aus einem bestimmten Grund da, um uns zu schützen auf eine Weise. Und wenn wir das einfach nur aufrufen, dann zieht sich das entweder danach noch mehr zusammen, oder der Teil dissoziiert, der ist ja nicht mehr Teil von der Körpergeisteinheit. Und deswegen arbeiten wir so extrem sanft. Es ist dann mehr wie im Dialog mit dem Gewebe und mit den organisierenden Kräften, den Energien, die im Gewebe gehalten sind, über die Möglichkeit von mehr Raum, wo ich auch ständig meine Präsenz modelliere und schaue, was ist gerade jetzt hier an dieser Stelle in Bezug auf diesen Knochen oder diese Membran oder diese Fazze gebraucht, dass das, was hier gehalten ist, sich auf eine sichere Weise entspannen, Öffnungen loslassen können, zum Beispiel in die Ausdehnung gehen kann. Und man kann sich leicht vorstellen, dass Veränderungen, die auf diese Weise ermöglicht werden, dass die viel nachhaltiger sind und nicht so schnell wieder zurückgehen und die dann alte Muster wieder vorwärts, gerade weil es so sanft ist. Ja, einmal die Sanfte, aber zum Zweiten, auch wenn du, du arbeitest ja dann ursächlich und gibst dem Körper die Möglichkeit, die Regulation wieder auf die Reihe zu bringen. Genau. In anderen Falle schütte ich irgendwas drüber, decke irgendetwas zu, dann habe ich einen schnellen Erfolg, aber nach 14 Tagen ist es wieder hin. Genau, oder woanders, oder ein anderes Problem, oder woanders. Ja. Ja, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, mit starken Medikamenten oder mit chirurgischen Eingriffen, wenn auf der inneren Ebene noch nichts gelöst ist, dann wird sich das, die gleichen Energien, die das hervorgebracht haben, oder die dann wieder was anderes hervorbringen können. Ja. Und sie werden das gleiche Symptom oder ein anderes. Oftmals. Gibt es bestimmte Bereiche, in denen du besonders gerne arbeitest? Ich würde es gar nicht direkt so sagen, dass es jetzt äußere Bereiche sind, aber was ich gerne mache, ist einerseits, ich glaube, wo ich eh noch was sprechen würde, wenn sich Räume öffnen von einer großen, Weit und Tiefe, das war besonders an der Arbeit, deswegen, das ist nicht immer bei allen möglich, aber das tut mir nicht. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne dann, wenn sich eben was zeigt, also wenn jetzt, ja, ich will es sich doch ein bisschen aufholen, um das mal verständlich zu machen, auch auf einer psychosomatischen Ebene, oder wenn sich auch innere Themen oder Gebiele oder Hintergründe zeigen, die mit einer bestimmten Thematik zusammenrehen, im Körper. Also dadurch unsere zuhörende und mitgehende Grundhaltung geben und unsere Einladung zum Loslassen, zum Entspannen, öffnet sich das Gewebe und es zeigen sich dann oft die unterliebenden Themen, oftmals auch emotionaler Natur oder manchmal auch traumatischer Natur, die im Gewebe gehabt werden, die zugrunde gehalten sind. Wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel in so einer CD oder in noch winzigeren Datenträgern ganze Sinfonien, Filme, Bücher gespeichert sind, dann ist es leicht vorstellbar, dass in einer viel komplexeren Struktur, wie dem menschlichen Bindegewebe, dass da einfach alles gehalten ist, was wir jemals erlebt haben und erfahren haben, was wir noch nicht integrieren konnten. Und durch unsere zuhörende, eingestimmte Grundhaltung finden wir Zugang zu diesem Gewebegedächtnis und schaffen einen Raum, wo sich die Dinge zeigen können. Es kann auf sehr verschiedene Weise geschieht das. Einerseits wird ganz viel verarbeitet, integriert einfach in Entspannung. Das ist auch eine der typischsten Ideen bei Kraniosatralarbeit, dass sich die Patienten oder Klienten ziemlich schnell entspannt, tief entspannt in so einer Art Halbfonds gehen und das dann viel verarbeitet wird. Manche sehen Bilder oder sehen Farben oder Träume geschehen, wenn sie gleichzeitig im Fall wach sind. Und da wird viel verarbeitet, auch auf der Ebene vom vegetativen Nervensystem viel verarbeitet. Und das ist die eine Seite. Und das andere ist, manchmal zeigen sich auch die Dinge, dass eben Befiele oder Bilder hochtauben, wo es dann eben wichtig ist, nicht nur strukturell und energetisch zu arbeiten mit den Händen, sondern auch das mit Sprache zu begleiten, was eben ausgelöst worden ist auf eine sichere und kompetente Weise. Damit das nicht entgleist oder auch wirklich eine heilsame Weise verarbeitet wird, dann lasse ich dann Zeit. Und das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, auch die der Wale beteiligt. Und das kann sich bei verschiedenen, also es ist doch schön, bestimmten Krankheitsbehindern oder bestimmten Bereichen, wie mit ganz jungen, also Babys zu arbeiten oder mit ganz alten Menschen. Aber es ist mir eigentlich, das ist, was mich am meisten berührt, ist eigentlich, wenn es in die Tiefe geht, wenn es in eine große Tiefe erreicht wird. Wenn du sagst, dass ja offensichtlich sehr viele, Erinnerungen oder Einflüsse im Körper gespeichert sind, kannst du zurückgehen in kindliche Belastungen. Es gibt ja immer mehr die Erfahrung, dass Kinder, wenn sie missbraucht worden sind oder wenn sie eine sehr problematische Kindheit hatten, dass die später im Leben daran doppelt tragen. Kannst du bis in diese alten Geschichten zurückgehen? Ich würde es anders ausdrücken. Ich gehe nicht absichtlich hin, und mich dorthin zurückzahlen. Ich bin eingestimmt mit der inneren Gesundheit und dem Parten des Lebens und folge dem inneren Behandlungsplan, so wie er sich mir aus dem Körper zeigt. Und wenn aus diesem eingestimmten Kontakt das ansteht, dann zeigt sich das von alleine. Ich will gar nicht dahin zurückgehen. Es zeigt sich entweder bei der Person von alleine oder manchmal auch, während die Personen tiefer in Spannung sind wechselnd, habe ich Bilder und Eindrücke und habe das Gefühl, ah, jetzt habe ich sogar mit der Geburt zu tun oder sogar manchmal mit vorgeburtlichen Bereichen oder mit ganz frühkindlichen Sachen. Leute, die zeigen sich durchaus. Gerade am Kranium sind ja auch Themen, die mit der Geburt zusammenhängen, gehalten und gespaltet. Auch bei Erwachsenen und bei betagten Menschen. Und damit gewinnen können wir auch Kontakt aufnehmen. Und da, wo auch Dinge verarbeitet werden können, die vielleicht schon seit der Geburt im Kranium gehalten sind und die Probleme im ganzen Körper verursachten, weil das ist ja nicht, alles ist ja mit allem verbunden im Körper. Auch ganz strukturell. Wenn hier ein Ungleichgewicht ist, ist es vielleicht auch ein Atlas-Oxybut-Gelenk, also ein Gelenk zwischen Nacken, oberstem Halswirbel und dem Hinterhauptbein. eine Störung wirkt sich auf die ganze Wirbelsäule aus, auf die Stafel aus, wirkt sich auf innere Organe an, raus und so weiter und so fort. Und manchmal ist die Ursache wirklich sogar von einem Geburtsgeschäft. Manchmal erst später in der Kindheit, manchmal noch früher. Aber ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht, ich ruhe auch nicht, ich suche nicht nach Themen und Problemen, sondern ich bin einfach nur, meine Einstellung ist, ich schaue, was mir der Körper erzählt, ich verbinde mich mit der inneren Weisheit und Gesundheit, die ich auch leicht Kontakt gewinne, in dem ich diesem Rhythmus folge und mit der Kraft, die hinter diesem Rhythmus ist. Und dann lausche ich und dann durch das Entspannen, dem Anvertrauen, durch den inneren Dialog, dem Gewege, können sich die Dinge dann zeigen. Klingt sehr verführerisch, denn wir haben ja in der Schulmedizin das Problem, dass es in bestimmten Bahnen läuft, die vorgefertigt, Schablonen vorgefertigt sind und wenn ich da gerade gut reinpasse, dann habe ich Glück, wenn ich nicht reinpasse, dann habe ich Pech. Aber was das Reinhören angeht, das ist etwas, was mir neulich nochmal klar geworden ist, es ist die absolute Katastrophe. Neulich kam die Information, dass der Schulmediziner bei der gängigen Anamnese nach zwei Minuten den Patienten unterbricht und von ihm entsprechend dann andere Dinge hören wird. Das heißt, der Patient hat nicht einmal mehr als zwei Minuten Zeit, sich selber zu öffnen, seine Dinge zu erzählen, sondern kriegt irgendwas dann entsprechend übergeschüttet. Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, und noch weiter entfernt sind die meisten Menschen nicht nur über ihre eigenen Probleme zu reden, sondern in sich reinzuhören, ja, den eigenen Körper. Das ist nämlich, und das ist das, was ganz wichtig ist, wir geben eine Menge Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit in den Körper und Hörenden zu und wir schulen auch Menschen, dass sie ihre eigene, allein dadurch geschieht schon auf einer stillen Ebene, auch eine, das bewirkt ist, dass die Leute auch sich selbst mehr spüren und sich selbst mehr zuhören dem eigenen Körper. Aber wir schulen auch Menschen darin, ihren eigenen Körper mehr wahrzunehmen. Und da gibt es auch eine ganze Menge Studien dazu. Je mehr Patienten, die ihren eigenen Körper spüren, desto schneller sind ihre Fortschritte. Ja, gut, dann kann ich diese Interaktion starten. Ja, zwischen dem, was falsch ist und dem, was sein sollte. Ja, aber das haben wir ja fast alles zugeschüttet. Ja, das ist derjenige, der wird ja immer negativer, der ist dann, ja, wie heißt das schöne Wort, wir nennen das dann überreagierend. Also derjenige, der in sich hineinhört, der ist dann ein kleiner Spinner so ungefähr. Weil der Körper hat das alles auszuhalten und ich kann das alles und der Körper hat zu tun, was ich ihm sage. Statt umgekehrt dem Körper zuzuhören, was er mir zu sagen hat. Ja. Andeutig. Ja, gut. Also das würde bedeuten, dass man so wie die einen glauben, dass sie mit einer Wellnesskur sich was Gutes tun. Man könnte auch mal zu einem Kraniosakraltherapeuten gehen, sagen, hallo, hallo. Ich lege mal meinen Kopf in deine Hände. Ja, und tatsächlich muss ich auch sagen, also oftmals ist es einfach erst mal entspannend, ja. Insofern haben manchmal gerade die ersten paar Behandlungen durchaus so eine Art Wellnesscharakter, wo man sich so fühlt hat, ach, wo manche den Eindruck haben, ja, ich habe mich jetzt gut entspannt und fühle mich ein Stück wohler, aber es ist, was war jetzt weiter geschehen. und es ist oftmals erst mal so ein Einweichen oder Aufweichen, das dann erst im Laufe von mehreren Sitzungen gibt, kubere Dinge zeigen, wie es eben angedeutet war. Also es ist auch die, auf die Ebene dann einfach Entspannung und Wellness ist nicht zu unterschätzen, aber es ist weit mehr als das. Aber das ist einfach erst mal oftmals die erste Erfahrung. Und das Besondere bei dieser Arbeit ist, ich habe es vielleicht schon angedeutet, ist, es ist nicht nur Entspannung für die Patienten, sondern wir als Therapeuten, wir müssen ja immer wieder, wir erreichen bei dieser Arbeit durch Druck und Anstrengung. Und das ist natürlich auch für uns selbst immer wieder heilsam. Und wir müssen selbst auch immer wieder unsere Vorstellungen loslassen, unsere Konzepte loslassen und wirklich in diesem Moment mit dem, was der Körper uns zeigt, vertraut zu sein. Wir haben zwar einerseits eine ausgefeilte Methodik und Möglichkeiten, aber gleichzeitig ist es wichtig, das immer auch zur Seite zu stellen, um wirklich in diesem Moment neu mit diesen Menschen, mit diesem Körper da zu sein und auch das einzugehen. Und es hat wirklich auch was Meditatives auf diese Art und Weise, uns leer zu machen und still zu werden, und dann öffnen sich oftmals sehr schöne Räume von Stille, sowohl für uns selbst als auch für die Patienten oder Patienten oder es öffnen sich manchmal auch sehr weit ausgedehnte Räume, die mehr sind als nur normale Entspannung, wo wirklich viel zu den inneren Teil bleibt. das wäre das Stichwort Achtsamkeit, die ja nun im Alltag, glaube ich, für, ich weiß, die Prozentzahlen kann man schwer nennen, aber für die meisten Menschen ist das Wort Achtsamkeit halt, glaube ich, keine große Bedeutung, zumindest in der heutigen Zeit nicht. Ja, aber wir werden nicht drum herumkommen. Wir werden nicht drum herumkommen. Es ist auch heute immer deutlicher, ohne dass kriegt man irgendwann auf die Schnauze. Oder dann kommen, ermelden sich irgendwann die Krankheiten und auch die Krankheiten, wo dann auch ein Arzt mit den herkömmlichen Methoden wenig weiterrechnen kann. Aber das bedeutet, dass wir dann als Kinder auch andere Dinge gelehrt bekommen müssen, ne? Ja, im Prinzip, klar. Ja, also ich sehe das schon auch. Ich glaube, ich habe das auch aus deinem Munde mal gehört, was wir brauchen. Letztlich ist ein Kulturwandel. Und dazu leisten wir mit dieser Arbeit auch einen Beitrag. Klar, es ist ein großer Schritt. Ich meine, das ist auch für uns selbst. Also im Prinzip ist diese Arbeit schon für jeden oder für jeden, der Interesse und Motivation mitbringt und ein bisschen anatomisches Grundwissen lehrbar und lernbar, was ist nicht so wie, da lernt man ein paar Griffe und ein paar Dinge und dann kann man sie einfach machen und drauf los. Es ist ein Einlassen, das ist ein Einfinden auf dem inneren Weg, der eben zu tun hat, auch mit Achtsamkeitsstühlen und die Einfinden in den Raufen, Stille und Vertrauen zu haben und die eigene Wahrnehmung, die ja oftmals sehr fein ist und es ist einfach ein innerer Weg und das ist gleich das Schöne, das zu lehren und das zu lernen, weil es so wie für einen selbst gibt, aber es ist eben auch ein Weg, der weitergeht und weitergeht und der nicht abgeschlossen ist. Also ich habe auch nicht ständig perfekt verachteten. Hast du noch eine besondere Botschaft für unsere Zuschauer, Zuhörer? Ja, wo fange ich an? Ich könnte alles mehr spüren erzählen, ich habe ja vieles schon gesagt, ich muss mal gucken, was mir noch wichtig ist zu sagen. Ja, also wir arbeiten, vielleicht das soll ich noch sagen, das Wort Kraniosakral legt manchmal die Vermutung nahe, wir würden nur am Schäbel und am Kreuzband in der Wirbelsäule arbeiten, aber wir arbeiten mit allen Geräten und dem ganzen Körper machen, das ist ganz wichtig und ja, diese Arbeit, die ist einerseits eine sehr effiziente Form von Klau-Kirakim und auch ein wirksames Mittel zum bestimmten Symptomen anzugehen oder gleichzeitig ist es eben auch ein Mittel für das innere Wachstum, für die Achtsamkeitsinfektion und öffnet auch durchaus auch spirituelle Räume. Also wir könnten sagen, in dieser Arbeit kommen Dinge zusammen, die sonst selten zusammenkommen, nämlich Wissenschaft und Mystik letztlich, ja, wir brauchen auch von Staunen, von Nichtwissen, von Eintauchen in stille, weite Räume, gleichzeitig ein sehr genaues Wissen um die Anatomie und um die Strukturen und Zusammenhänge und da sehr genau darauf einzugehen und das kommt bei dieser Arbeit zusammen zu einer Einheit. So das Beste, was letztlich, wenn ich es mal metaphorisch aussprechen würde, das Beste, was der Westen zu geben hat und das Beste, was der Osten zu geben hat, kommen diese Arbeit zusammen und unterstützen und beforzten sich gegenseitig. Und das ist auch ein Aspekt, der mich von Anfang an sehr fasziniert hat oder begeistert hat und warum ich mich auch sicher bin, dass diese Arbeit auch weiterhin eine große Zukunft hat. Das ist keine Modeerscheinung, das ist jetzt schon seit 30 Jahren oder seit 30, 40 Jahren so langsam bestätigt, zunehmend immer mehr das Umfeld ist manchmal nicht einfach, weil eben noch immer und immer strenger die Hauptströmung in eine andere Richtung versucht zu gehen, aber gleichzeitig spricht es sich trotzdem immer mehr rum und es hat der erfahren auch in der Methode noch nicht die Anerkennung, wie sie zum Beispiel die Obstekatrie inzwischen gefunden hat oder zumindest weit näher gefunden hat und ich will auch die Obstekatrie gar nicht schlecht drehen, das ist ganz wunderbar, was die machen, aber es ist oftmals ein Ansatz, der sehr viel aktiver, strukturorientierter ist und dadurch sehr viel mehr am noch bündigen Paradigma sind, während wir mit unseren noch sanfteren, noch zuhöreren, noch rezeptiveren Vorgehensweise ja doch noch ein bisschen eine Nischenposition haben, zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung der Obstekatriebe Medizin aber das kommt, es kommt immer mehr. Also ich finde die Verbindung oder der Ansatz zu sagen, eine Verbindung zwischen Mystik und Forschung, das ist natürlich eine absolute tolle Herausforderung, wenn sich jemand noch weiter informieren will, kann er sich einlesen, du hast dich glaube ich auch einiges auf deiner Webseite. Ja, ich kann verschiedene Dinge nennen, also ich habe gerade das Stichwort Forschung genommen, das war nämlich noch lange so ein bisschen ein Tuchendes Bein in der Kranioarbeit, weil eben es schwierig ist, herausfordernd ist ja nochmal so, Dinge mit den strengen naturwissenschaftlichen Methoden, so nachzuweisen, die Wirksamkeit dieser Arbeit und da gab es schon Dutzende und Aberdutzende von Studien, aber noch relativ wenige, die diesen strengen Kriterien gerecht werden konnten und da ist jetzt gerade auch in Deutschland eine Medizinerin wie Dr. Heidemarie Haller, die da eine Menge sehr wertvolle Forschungsarbeit betrieben hat oder noch betreibt und auf der Webseite von dem Verband www.kranioverband.org da ist auch Forschung, dass eine Menge Studien gelistet, also wer das lesen möchte, dass er glaube ich ein paar Dutzend Studien gelistet, auch hochwertige Studien, wo eindeutig auch die Wirksamkeit der Methode belegt worden ist, auch in randomisierten Studien und dergleichen sehr strenge wissenschaftliche Kriterien, also diese DL2 entwickelt sich auch immer mehr, der ist ja auch wichtig, um das nachweisen zu können, aber gleichzeitig eben den Raum von Staunen und von Stille, der eben auch tragendes für diese Arbeit. Ja, zum Nachlesen, ja, da kann ich nochmal hinweisen auf dieses kleine Buch von mir selbst, die innere Weisheit vertrauen, das ist so ein Einstiegsbuch, das sind jetzt nur 160 Seiten oder so, ist live zu lesen, ja, das ist jetzt so eine Einführung in die Kraniosatrale Methode, die Übersicht, also sehr viel ausführlicher im Zusammenhang, da gibt es viele Vorträge machen, aber es gibt natürlich auch noch andere Bücher, von mir gibt es auch noch dieses dicke Lehrbuch, aber das ist jetzt mehr für Leute, die wirklich einsteigen wollen und es eigentlich schon lernen und das ist jetzt nicht der Lange geschrieben. Und es gibt andere Bücher, von anderen Autoren, noch zum Beispiel auch von Dr. Abletcher, dieses Einführungsbuch auf den inneren Arzt hören, ist auch ein spezielles Leben des Einführungsbuchs, aber inzwischen in die Jahre gekommen, das sind jetzt über 30 Jahre. Gut, dann werden wir unter dem Video werden wir dann zu deiner Webseite verlinken, dass man entsprechende Informationen hat. Gut, und wie gesagt, auch gerne auch für Therapeuten oder für für die Forschung auf die Webseite vom Verband habe ich natürlich gewusst, Kranier Verband gebrochen. Ja, dann vielleicht noch ein kleines Schlusswort, wenn ich das nochmal, ich habe ja schon hart zusammenfassend Dinge gesagt, was diese Arbeit verbindet oder ausmacht, sie ist einerseits, verbindet sie, sie verbindet also sehr sandbefeine, tiefgründige, genaue, strukturelle Arbeit am Körper mit eingestimmter intuitiver Energiearbeit und im Begleiten von inneren Prozessen und ermöglicht dadurch Selbstheilung auf allen Ebenen, also nicht sowohl für den physischen Körper oder für die Einbeziehung von emotionalen und geistigen Aspekten. Und deswegen ist es wirklich was so sehr eine wirklich zutiefst ganzheitliche Methode ist im wahrsten Sinne des Wortes und auch so hervorragend passt zu dem Motto von eurer Akademie nämlich die menschliche Medizin ist nämlich immer eine Zutiefberührende und Zuhörer also ich kann mir nicht keine Methode also vielleicht gibt es das auch aber für mich kann mir keine Methode vorstellen die so zutiefst noch mehr so zutiefst menschlich ist und so direkt an Menschen und an der ja mit dem was Mensch sein ausmacht ja dann sehr bedankt für diese Ausführung noch einmal denn das war genau das was mich dann auch ich will nicht sagen hat elektrisiert hochfahren lassen aber als ich das gelesen habe ich weiß nicht wie ich darüber gestolpert bin oder ein Freund hat mir davon erzählt oh das ist interessant das musst du dir anschauen weil es eben ein Bereich ist der heute so total zu kurz kommt wir haben die tollsten Techniken entwickelt für wer weiß was alles aber die Verbindung von hier oben zu da unten die ist leider Gottes für die meisten Menschen verloren gegangen wir wissen inzwischen dass der Darm mit dem Gehirn verbunden ist aber dass das Gehirn auch mit allem anderen verbunden ist diese Message ist eben nicht so vertreten und ich drücke dir also die Daumen dass diese Message weiterkommt dass du möglichst viele Rücksprachen bekommst dass du auch noch Schüler bekommst denn es wäre gut wenn jemand diese Technik zusätzlich beherrscht egal was er primär mal auch in diesem Bereich macht also dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute ja dir auch alles Gute und alles Gute